Drei Zwei Eins Null Jetzt bin ich auf der Ebene, was reine muss. Gedanklich stehe ich nun vor den Hügel zu einer wunderschönen Übung, zu der nur ich einen Schlüssel besitze. Mit geschlossenen Augen mache ich mir bewusst, dass ich mir die Schabellen zu diesem Raum überschreiten werde. Die Schabellen-Erreise Das ist ihr. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 ... ... ... ... ... ...